Ja, es ist sehr schön, zum ersten Mal dabei zu sein. Das A-Team ist eigentlich das letzte Ziel von allen. Bei der dritten Operation haben die Ärzte gesagt, ich muss aufhören mit Fussball, es wird nie mehr etwas sein. Ich habe eineinhalb Jahre sehr hart gearbeitet und für mich ist das wie die Belohnung für eineinhalb Jahre, wo ich allein im Kraftum haben musste. Vielleicht ist schon für jede wichtig, das zu wissen, dass man immer daran glauben muss, obwohl niemand daran glaubt. Das Wichtigste ist, dass man selber an sich glaubt und so kann man Sachen erreichen. .